Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Leech of Legends. Mit dabei habe ich die Zeit mit dem Tablet. Hallo, Lukas. Willkommen zu meinem neuen Let's Play in Minecraft. Und den Lennart. 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 Lennart nicht mehr. Auf jeden Fall, ich bin Yasuo und diesmal auf der Top-Lane. Jo. In Minecraft. Mit dabei habe ich ein Cockmao in der Mitte, also ein AP Cockmao. Leon auf der Bot-Lane. Ash als ADC und Akali im Jungle. Und im gegnerischen Team haben wir eine Kasse OP, eine Akali, ein Bullibeer im Jungle. Ein Twitch als ADC und Heimerdinger. Also, ich kann noch nicht einschätzen welcher Lennart. Ok, Akali Top-Lane. Musik. Ok, Akali Top-Lane. Die Blade, über alle Dinge, außer ein guter Drink. Ich werde diesen Weg nach Ende folgen. Ich werde diesen Weg nach Ende folgen. Ich werde diesen Weg nach Ende folgen. Was ist das? Du bist die Weg nach Ende folgen. Ja. Du, einfach nicht. Scheiße, was ist das? No more running. Schiller. Zu dem Freund zu Show, die Pavel nicht solle ich gut kennen. Er ist rassistisch. Nein, ich weiß nicht. Das bist du. Ah, Pavel ist auch noch lüge. Wir verstehen auch nicht, was er gegen sie hat. Also, vielleicht den ruhig zu, wenn ihr wollt. Aber ihm interessiert es nicht. Sein Vorgesch- Er bleibt bei seinem Rassismus. Wir haben es auch schon probiert. Sein Vorurteilen. Gegen uns. Schwarz. Und anderen. Nicht weißen. Du meinst Weißen. Oder hat er was gegen Weißen? Hä, was? Haha, haben wir was gegen Weiße? Hä? Rassist. Ok. Ok, jetzt ist er schon. Ja, vielleicht wissen wir ganz schon, Papa Weiße ist aber vielleicht auch Schwarz. Ah, wir kennen ja nicht ganz die Möglichkeiten, wie wir wissen. Wir haben ein Online-Kind gelernt auf lovedating.com. Die Website gibt es natürlich nicht wirklich. Doch, sie gibt's. Hallo. Hauptsache du, sagst du. Da Ondertown van Karma. Come on. Ha, 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 ha. Tu ich s inherent. Im jetzt? himmel? Wir müssen interessieren, das auf Sädenkrimmaschle cyclone. Da sind eh zum. Frauen Prozent und leider bei Männern Prozent weil die Webseite schützen kann zwischen Großbrüsten bei Männern und bei Frauen und wir können nur angeben große Brüste deswegen wurde sie gemätscht haben bei Männern und du bei Frauen ja das ist richtig so Matthias Not Gustav man, man, Lukas was denn? Kopfkirchen oder was? ja so doppelte die bei Männern oder sowas man aber gefällt das höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö Awww alter Jha macht weiter schlimmt's heute an der Marmöhr hh nein das ist Ich allein entscheide mein Leben. Oh, ich muss so schön sehen. Ich sehe die Rift. Nein, ich mach dich. Hm? Is a leaf's only purpose to fall? Don't start what I'll cause. Honor is in the heart. I will not forget who I am. Just looking for a road home. The road to ruin is shorter than you think. Follow the wind, but watch your back. I will follow this path until the end. An enemy has been slain. Entschuldigung, ich bin ein Album dran. ich habe irgendwas für uns beibekommen verstehe ich muss 100% selber schaden ich habe keine Ahnung Oh, Kali ist nicht 6, ich will in Level 8 So lange dann beherrsche ich auch so ein Teil Oh, wir haben gar keinen Locker, außer mich auch Das ist nicht so gut Virtue ist nicht mehr als ein Luxury Find the easy part An ally has been slain An ally has been slain Wanderer is no way fast Wanderer ist. Wanderer ist. Wanderer ist, sie 카드 Wanderer ist, diese Krieg Okay. Also. Ich bin so zufrieden. Ich bin so zufrieden. Ich wuerdass das Pavel noch nichts Razzichiches gesagt hat. Oh, wieso macht er das Trick immer so? Scheiß auf Schmerzl. Ja, Pavel, nur weil ich die Wahl jetzt sage. Die Trick vielleicht nicht sein. Ja, Pavel! No one is promised tomorrow. Ja, Pavel! No one is promised tomorrow. Ja! Ja! Ja, ich bin ja. Ja! Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja noch. Na ja. Ja! Ja! Das war einfach so sanft. Ich war nie zu spät. Du hast hier gewonnen. Bist du dich? Du bist du dich? ich hab jetzt etwas da Namens das Bürokratenband gräbt das macht der Verschaden ist ein das aber was genau tut es dann die Stuttgart und nimmt das Teil von Feind der ziemlich episch ich hab an Akali gedeift an Akali gedeift die texanische Gastfreundschaft der Typ hat die Schropplöte die heißt die texanische Gastfreundschaft das ist die Gastfreundschaft PAN die sind die Meldung zu Gästen die Akali hat 42 Farben in 14 Minuten ich hab 104 in 14 15 Minuten SS die 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 I will decide my fate. Honor is in the heart, not the name. Meine Ehre gab es schon lange vor. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Ah, der Sweet Stone ist ein... Perfect! Your team hat destroyed... Double kill! Das war's für heute. Das war's. Your team has destroyed an inhibitor. I don't know what to do. I don't know what to do. Oh, Trunkhead. What? Where is my squadron? Your team has destroyed an opponent. Oh, you've come to kill me. GG. That's a trick.